Ihr Arzt hat Ihnen empfohlen, sich einem Steinentfernungsverfahren zu unterziehen, das in der Fachsprache unter dem Begriff Percutane Nephrolitolapaxie oder einfach PCNL bekannt ist. Hier wird Ihr chirurgischer Eingriff erklärt. Ziel dieses Verfahrens ist die Entfernung sämtlicher Nierensteine und gegebenenfalls Ihrer Harnleitersteine. Diese Animation zeigt die Entfernung von Steinen aus der Niere. PCNL wird unter Vollnarkose durchgeführt. Wenn Sie vollständig sediert sind, wird ein Katheter, ein hohles Röhrchen, in der Blase platziert. Der Blasenkatheter entleert die Blase und verbleibt mit Hilfe eines aufgeblasenen Ballons an Ort und Stelle. Ein weiterer Katheter wird im Harnleiter platziert. Durch diesen Katheter lässt sich ein Kontrastmittel, Farbstoff, einträufeln, um eine bessere Darstellung und eine exakte Lokalisierung des Steins zu gewährleisten und den Zugang zur Niere zu erleichtern, während Ihr Harntrakt durch Röntgenstrahlen oder Ultraschall visualisiert wird. Sobald der Stein lokalisiert wurde, ist der Zugang zum Sammelsystem Ihrer Niere mit Hilfe einer dünnen Nadel möglich. Dieser Zugangsweg wird vorsichtig geweitet. Der Führungsdraht ermöglicht dem Nephroskop einen sicheren Zugang zur Niere. Einige Steine können direkt mit einem Greifer entfernt werden. Größere Steine müssen vor der Entfernung zunächst mit Hilfe von Geräten wie einem Laser fragmentiert werden. Nachdem alle Steine entfernt sind, wird Ihr Urologe eine Kontraststudie durchführen. Wenn die Passage des Kontrastmittels in die Blase reibungslos verläuft, heißt das, dass auch der Harnleiter frei von Steinen ist. Bei manchen Patienten wird vorübergehend ein kleines Röhrchen eingesetzt. Das ist ein sogenannter Doppel-J-Harnleiter-Stent, um zu verhindern, dass Schwellungen die Entleerung des Urins behindern. Der Stent wird durch j-förmige Windungen sowohl in der Niere als auch in der Blase festgehalten. Am Ende des Verfahrens kann eine Nephrostomie durchgeführt, das heißt ein künstlicher Ausgang, zur Ableitung des Urins aus der Niere platziert werden. Dieser Katheter unterstützt die Urinausscheidung. Die Katheter und Stents werden in der Regel kurz nach dem Eingriff entfernt. Sie können das Krankenhaus verlassen, sobald sie in der Lage sind, ihre Blase ausreichend zu entleeren und weder Fieber noch sonstige Beschwerden auftreten. Das wird durchgeführt, dass Schwellungen die Mein Hexungen auf floors zesto προ hairdbblehoden sieht. Verhöre etwas, dass sie mit der Handbrauch verfolgen. Hier oben noch parcela sagt er ein kleines drew. Und da elke Danghaus verlassen hat das Feld und rapiert.